Hi Kinder, wir sind's wieder. Verena und Alika. Hi. Wir tanzen jetzt mit euch Kika Tanzalarm von Volker Musin. Nochmal ein ganz großes Dankeschön an Volker und sein Team, dass wir seine Lieder hier für euch nutzen dürfen. Ja, ich würde sagen, auf geht's. Musik. Hallo Freunde, wollt ihr tanzen? Ja. Okay, ich zeig euch wie es geht. Komm lass uns tanzen. Komm lass uns tanzen. Komm lass uns tanzen. Runter in die Hocke und dann wieder rauf. Ein Stepp nach rechts, nach links. Wir hören noch nicht auf. Ein Sprung nach vorn, zurück. Wir patschen auf die Knie, nach rechts, nach links und stopp. Okay. Die Hände zum Himmel und bildet ein Haus. Jetzt mal kräftig winken und klatschen wie Applaus. Jetzt der Helikopter. Wir drehen uns im Stand. Lass die Arme fliegen und stopp. Wir klatschen. A, E, I, O, U. Du gehörst doch mit dazu. Komm und sei dabei und fühl dich heute frei. A, E, I, O, U. Du gehörst doch mit dazu. Kika Tanzalarm, Kika Tanzalarm. A, A, E, I, I, O, U, 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 U. Hey, komm, lass uns tanzen. Lika, komm, lass uns tanzen. Lika, Lika Tanzalarm. Jetzt dreht eure Hüfte und steht auf einem Bein. Lasst die Hüfte kreisen, genau so muss es sein. Wir joggen auf der Stelle. Hey, macht alle mit. Dann springen wir so hoch es geht und stopp. Sehr gut. Die Arme, die flattern, wie beim Entetanz. Dazu im Kreise drehen, na klar, ein jeder kann's. Runter in die Hocke und dann wieder rauf. Nach rechts, nach links und stopp. Wir klatschen. A, E, I, O, U. Du gehörst doch mit dazu. Komm und sei dabei und fühl dich heute frei. A, E, I, O, U. Du gehörst doch mit dazu. Giga Tanzalarm. Giga Tanzalarm. A, E, I, I, O, U. Hey! A, E, I, O, U. Du gehörst doch mit dazu. Komm und sei dabei und fühl dich heute frei. A, E, I, I, O, U. Du gehörst doch mit dazu. Giga Tanzalarm. Giga Tanzalarm. A, E, I, I, O, U. Du gehörst doch mit dazu. Giga Tanzalarm. Tschüss!